Und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Band 4 Blatt hier bei den Shaky Monkeys. Ich bin der Midway und wir spielen im zweiten Akt Folge Nummer 16 ist es mittlerweile und zwar der Rohrreiniger. Ich mache das natürlich nicht alleine, ich habe die Anna dabei. Ja, die Hallöchen. Unsere Schönheit aus dem Steuermarkt, die Kaddi. Grüß dich. Und Bot Holly. Bot Holly ist heute nicht so gesprächig, ne? Aber wie gesagt, wenn ihr natürlich in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, was wir hier so treiben auf unserem Kanal der Geisteskranken, aboniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr seid immer auf dem Laufenden. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir Munition reinpacken. Guck mal, Zusatzmagazin, das ist doch mal was für mich. Was habe ich denn hier eigentlich? Eine Rohrbombe ist das? Gut, dann nehme ich jetzt mein Erste-Hilfe-Kit mit und für eine Pickgun reicht es leider nicht mehr. Ich hoffe, ne? Das ist gut. Ich habe auch eine. Ja! Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal die Rohre sauber. Wir brauchen echt Münzen, Leute. Also, ich habe genug und dein Tollboy ist schon auf dem Weg zu uns. Lange lebe, wie die Schrotflätte wird so ein Tollboy kommt. Ja. Ich glaube, wir sollten zusammenbleiben. Das wird nämlich irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, das ist nämlich ein ganz schönes Durcheinandersetz hier gleich. Ja, passt. Maxi, du gehst vor? Ja. Ist da oben jemand ein Bibel? Das will sie uns noch sagen. Ich folge einfach mal dem Licht hier. Das ist immer eine gute Idee. Öffne den Überlauf. Aber abwarten. Hier sind Türen. Hane öffnen mit roter Umrandung. Hier geht es runter, Leute. Hier ist der Überlauf. Ich starte mal, ja? Weiter mal, da unten ist irgendwas. Aber da kann man noch runterlaufen, ja. Ja? Da ist ein Leiter nach oben. Okay, Anna, du bist bei mir. Ja, wir können oben bleiben. Ja. Das war sinnlos. Naja, zumindest wisst ihr jetzt, wie die Map ausgeht. Mal gucken, was jetzt passiert. So. Das Tor unten öffnet sich. Ja, und ich habe das starke Gefühl, dass wir da runter müssen. Warbombe. Sehr gut. Da, echt. Ja, Maxi, läufst du vor? Bin ich schon auf dem Weg? Ja. Das sieht wie sehen. Achtung an der rechten Seite. Ah. Das habe ich gemeint. Boah, hier ist alles düster, ey. Ja, wirklich. So, Maxi, wo bist du eigentlich? Hier. Folg meiner Stimme. Hier. Das ist super. Kann ich nicht hören, wenn ich ein Junge höre? Ist die gleiche, die Taschenlampe, oder was? Hallo. Paul Boy. Wo? Wo seid ihr? Das war kein Tollboy. Da ist Tollboy. Oh Gott, da können wir uns ja auch sagen. Oh, wer wirft ihr Molle hin? Halla, hola, die Waldfee. Ah, hallo, holo. Wer wirft ihr hier Molle-Kopfdrehen? Habt dort vollgefunden. Oh, ist schon weg. Fast. Da ist ein Einkaufswagen. Da ist einfach ein perfekter Einkaufswagen in den Gedärmen, ey. Ich war stoppen. Oh, hier ist Muni. Da sind Zombies. Nicht zu wenig. Das sind Zombies? Das Wäldchen. Ach. Ah, der weiße wird Schwanz. Ich geh in meiner Floppen aus, dass wir hier runter müssen. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ja. Wow, ist rutschig. Pass auf. Oh no. Oh fuck, ich bin links lang. Ja, ciao. Oh Gott sei Dank. Ich bin hier noch. Also die Absprache funktioniert schon echt super. Phänomenal. Abmarsch. Ähm, jo. Abmarsch. Oh, ich bin fest. Anders flutzt fest. Ich bin angepinnt. Oh nein. Das ist auch der volle Sprungding. Fisch da weg. Da muss man nur schießen drauf, Maxi. Achtung, da kann man ganz viel. Hat's ja ausgeschaut. Ist ein Blödsinn. Oh no. Oh. Der hat mich voll geümmelt. Ja. Das war so ein richtiger Kampfschot gerade. Hier gehen wir doch durchs Licht. Ja. Da ist so ein Schreiding. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht. Schießen. Anna, ich hab gesagt, nicht schießen. Ja, das nicht schießen kann sein. Ich geh zurück, ich geh zurück, Cardi. Ich bin nicht safe. Kann ich den nicht kaputt machen? Nein. Gar nicht? Nein. Dann mach mir die Augen auf. Gott, Holly steckt fest. Ich geh da jetzt nicht um. Alter, du bist scheiße. Geh um. Ich geh jetzt hier, Holly. Du bist schuld. Da um ist so ein Spuckding. Ah, jetzt nehmen wir. Ach Gott. Komm. Alter, du stinkst. Alter, du stinkst. Oh, Nick, brennst gleich den Arsch weg vom Heizlüfter. Ah. Du musst dich mal zusammenflicken, Bruder. Dann machen wir aus. Nee, ohne Heizlüfter ist es heiß. Anas. Ah, Arsch brennt. Cardi, wo willst du lang? Ich weiß nicht, ich bin einfach gelaufen. Ach so. Hat ein bisschen Muti für mich? Ja, sehr gut. Da drüben ist eine Leiter. Oh, da gibt es auch was. Munzen, Munzen. Munzes, Munzes. Oh, oh. Spuck. Von hinten kommt ein dicker. Ein dicker Spucker. Da oben ist ein Biggernraum. Ja, ich war's. Ach, nein, das bin gar nicht die, die sich für anders. Ja. Ja. Was macht denn Muni da hinten? Kackt sie? Ja. Ja. Die dicht neu. Kackt. Oh, safe. Mach, wo's tut denn da hinten? Wie runter? Das braucht nicht. Ja, hab ich's dir vorher nicht runtergegangen. Du bist ja schließlich schuld, dass sie da steht. Ja. Hui. Walker, du bist nicht unbesiegt. Oh mein Gott, was ist denn heim? Du bist Mistviech, du verpiss dich, du blöde Schlampe. In den Fressen geschmissen. Ja. Leute, 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 Toilboy. Ja. Leute, 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 Leute. Boah, was so wieder für ein Seitenwürfen. Oh Gott, den glaub' mir ned. Nein, Frösch. Ja, hat sich verbundet. Ich will wieder den Hingern. Was stimmt. Wie viele Münzen hab's jetzt eigentlich? 163. Ich bin echt arm dran heute. Ich hab got 1325. Du kressierst ja alles ab und wir kriegen nicht. münzen ja genau ja aber das kriegst das jahr hat es gekostet ja aber nur ein teil was ich dich aha ok kriegen und teilbetrag so bist du ich habe mich da ist ja richtig was los da dann hat es jetzt gar unterkommen ich räume bei den laden hat sie gerade gesagt deckt mich wieder leckt mich maxi denkt einfach was du bist geht ja hier sind so die spuckdinger da war na war er nicht ohne wieder ein überlauch wo ist er Ja, kommt's hier mit? Haben wir eine Wahl? Nein, nicht direkt. Munition, ich brauch den Maxi immer. Immer, immer. Und was passiert jetzt? Jetzt kommt Wasser. Yay! Schaffe es durch das Tor. Dann gehen wir. Dann gehen wir mal. Ja. Oh, das geht langsam auf. Das ist nicht gut. Ich geh da wieder auf. Das ist mir zu gefährlich. Ich hab eine Rauber mal geschnitten. Super. Tollboy. Danke. Wir können, glaube ich, durch, Leute. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich auch. Springen. Und dann die Leiter hoch. Und dann noch eine Leiter hoch. Und dann noch eine Leiter hoch. Wo, 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 Anna? Wir erreichen den Schutzraum. Ähm, wir sind auf der falschen Seite. Ah, springen. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Der Torhüter hat echt schlechte Laune. Ja. Dann kam halt einer. Wie komm ich da rüber? Wie komm ich da rüber? Springen! 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 Oh, das sind wir zwar, oder? Ich bin hier. Scheiße. Leute. Leute, lass mich rein! Lass mich rein! Ihr Schweine! Oh nein! Was macht ihr da? Ey, Maxine! Das ist nicht dein Ernst, Alter. Ja, wie denn? Hier fahrt das Tür. Wenn ihr hier alles von der Tür blockiert, ihr blöd Schweine! Boah! Ey, ihr bringt mich noch um. Oh Mann, ey. Ihr bringt mich noch um. Verfluchte Scheiße. Meine Güte. So, Freunde, das war's. Wir haben's geschafft. Wir haben's geschafft. Rohrreiniger. Nachdem sie mich ja fast zurückgelassen haben. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke. Wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!